Radio Darmstadt Wir sind bei Radio Darmstadt, dem nicht-kommerziellen Lokalradio für Darmstadt und Umgebung. So, dann wollen wir mal die Leute bei der Arbeit heimlich beobachten. So, dann wollen wir mal gucken, was die hier so anstellen. Nehmen wir mal hier rum, gucken wir den beiden mal zu. So, was stellt ihr denn hier so an? Wir präsentieren die Kinoperlen von Darmstadt und Umgebung. Beziehungsweise haben sie präsentiert, jetzt kommen noch die TV-Tipps. Was gab's denn alles Schönes? Aha, so viel Zeug. So viel Fernsehen kann noch kein Mensch gucken, wie ihr da aufschreibt. Ja, das ist ja auch für die nächsten drei Wochen. Ah, Fernsehen für die nächsten drei Wochen. So, und hier kann man mal sehen, ist die Musik im Computer. Wenn ich ihm jetzt hier die Taste drücke, dann wird er gleich ausflippen. Wenn man jetzt hier den roten da drückt, dann freut er sich sehr. Ja, das ist das Studio 1 hier bei Radio Darmstadt. Man kommt rein bei Radio Darmstadt und sieht das Büro. Begrüßt wird man hier nicht durch den roten Teppich, sondern durch den blauen. Das hier ist der Sitzungsraum bei Radio Darmstadt. Hier finden Konferenzen, Sitzungen und Besprechungen statt. Weiter geht es durch den Flur zu den Studios. Hinter dieser Tür befindet sich der Serverraum von Radio Darmstadt. Hier sehen wir das Studio 3. In diesem ist gerade Sven Krebs zu Gange. Das hier ist das Studio 2. Dieses wird allerdings gerade umgebaut. Das Studio 2 hat einen Sprechertisch, an dem sechs Gäste sitzen können. Von hier aus hat man einen guten Blick in Studio 1. Vor dem Studio 1 gibt es ein Regal mit CDs. Weiter geht es in der Kaffeeküche von Radio Darmstadt. Und direkt hinter der Kaffeeküche gibt es den Redaktionsraum. Hier sind Computer und hier kann man sich auf seine Sendung vorbereiten. Radio Darmstadt. Herzlich willkommen am Montagnachmittag. Hier ist Radio Darmstadt. Ja, wie jeden Montag heiße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier auf Radio Darmstadt 103,4. Ganz recht herzlich willkommen zum bunten Montagnachmittagschaos. Und das ist der bunte Montagsmix. Haben Sie viel Spaß in den nächsten zwei Stunden. Wie hat denn Radio Darmstadt mal angefangen? Oh, ganz klein wie immer. Das war so eine Initiative. Da haben sich ein paar Leute getroffen. Das war schon Anfang der 90er. Und damals, ja, so rot-grün zeichnet sich in Hessen ab. Dachte man, okay, Bürgermedien, das ist das, was wir brauchen. Und dann hat man hier quasi Leute um sich gescharrt und hat dann quasi so eine Initiative gegründet. Nämlich Radio Darmstadt. Und das war 1994. Und dann ging das Ganze erstmal mit so diversen Veranstaltungsradios los. Zweimal auf dem Heinerfest und einmal hier zum Landesturnerfest. Das war auch mal in Darmstadt. Und dann hatten wir so viel Erfahrung gesammelt, dass wir sagten, okay, jetzt wollen wir die Sendelizenz. Und die haben wir dann auch gekriegt zum 1. Februar 1997. Wie ging das dann, dass ihr eine Lizenz bekommen habt? Naja, man muss halt genug Unterstützer sammeln und dann halt auch einen Antrag entsprechend bei der Landesanstalt für privaten Rundfunk einreichen. Und dann, ja, dann kriegt man das. Gut, damals war es gewollt. Ob wir es heute nochmal kriegen würden, das weiß man natürlich jetzt nicht. Aber damals waren die Signale schon so, dass man sagte, ja, man hätte sowas gerne für Hessen. Und wir waren ja auch nicht die einzigen. Im Lauf des Jahres 1997 sind dann noch sechs weitere nicht kommerzielle Lokalradios über ganz Hessen verteilt dazugekommen. Ja, und die senden ja auch alle heute noch. Und Radio Darmstadt hat jetzt als erstes der sieben Radios auf Sendung gegangen 1997. Aber noch nicht hier in diesem Gebäude. Nee, wie alles natürlich. Alles unterliegt einem Wandel. Also wir haben mal ganz klein angefangen. Das waren wohl ursprünglich mal Sozialräume von der Stadtreinigung und zwar im Hinterhof vom Drogencafé am Herngarten. Also es war schon eine ziemlich wilde Ecke und, aber es war klein, es war total verbaut. Es war unser, unser Sendestudio war vielleicht, also im Vergleich vielleicht ein Viertel so groß wie das hier. Also klein und gemütlich. Also wenn zwei Leute im Sprecherraum waren, hat man sich schon gekuschelt. Also das waren ganz beengte Verhältnisse natürlich, alles ganz, ganz klein. Aber wir sind dann halt mit der Zeit gewachsen. Ein bisschen später haben wir uns noch ein zweites Sendestudio in der Hindenburgstraße zugelegt. Das waren dann schon größere Räume. Da haben wir auch Sitzungsmöglichkeiten gehabt. Und irgendwann 1999 haben wir dann gesagt, okay, so nach zwei, drei Jahren, jetzt wollen wir mal ein bisschen ein schöneres Domizil haben, ein größeres Domizil haben, wo wir auch Seminare machen können und alles. Und dann sind wir auch hier umgezogen an den Stäubenplatz. Und zwar ins Haus vorne, Stäubenplatz 12, ins rechte Erdgeschoss damals. Und das war wirklich ganz schön groß für unsere Verhältnisse zu 250 Quadratmeter, die wir dann ausgebaut haben mit einem Aufnahmestudio, mit einem Sprecherraum, zwei Studios, Sitzungsraum, Redaktionsraum, Technikraum, Büro, alles da, ja, Küche. Das war schon richtig schick. Ja, und irgendwann jetzt nach zehn Jahren haben wir dann mal gesagt, okay, auch darüber müssen wir jetzt mal nachdenken, weil, wie gesagt, alles wird teurer. Und irgendwie gesagt, naja, vielleicht brauchen wir doch nicht so viel Platz. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist eh mal die Zeit, wo wir über unsere Studios neu nachdenken müssen. Sie sind in die Jahre gekommen, wir müssen sie vielleicht mal neu aufbauen, neu verkabeln. Verbinden wir das doch mit einem Umzug, wo wir auch ein bisschen Geld sparen können. Und dann haben wir damals noch ein nettes Angebot von unserem ehemaligen, also unserem immer noch Vermieter bekommen, der sagt, hey, überlegt mal, schaut mal, im Hinterhof habe ich noch eine andere Lokalität. Da würde sich vielleicht auch was anbieten. Und da haben wir es uns angeguckt. Das ist jetzt gute 100 Quadratmeter kleiner. Aber wie gesagt, wir haben uns damals schon ausgerechnet, okay, hier kriegen wir auch alles rein, was wir brauchen. Vielleicht nicht ganz so groß wie vorher, aber haben sie auch nicht alles gebraucht. Und ja, seit knapp drei Jahren sind wir jetzt hier immer noch am Stolbenplatz 12, aber im Hinterhaus. Und ja, hier ist alles neu, hier ist alles schön und wir sind rundum zufrieden und ein bisschen Geld gespart haben wir auch noch. So freie Radios heißen ja immer, dass es sehr viel Vielfalt an Sendungen gibt. Was gibt es hier so an Sendungen? Frag lieber, was gibt es hier nicht? Also ich würde mal sagen, so rum ist die Frage besser aufgestellt. Also es lebt natürlich immer vom Angebot derjenigen, die sagen, hallo, ich möchte bei euch Radio machen. Also es gibt ja kein Ausschlusskriterium, also zumindest kein richtiges. Außer es ist irgendwie nicht gesetzeskonform oder irgendwie sittenwidrig, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten darf ja hier jeder und jedes Thema hier auf Sendung bringen bei uns. Und wer so mal durch unser Programm guckt, der merkt ja auch, dass wir kein Einschaltradio sind, sondern, also dass wir kein Mitmachradio sind, sorry, so rum, sondern ein Einschaltradio, wo es halt wirklich darauf ankommt, was will ich denn hören? Und vielleicht, welche Gruppe möchte ich denn hören? Welches Thema möchte ich hören? Welche Musikrichtung möchte ich hören? Also das ist halt wirklich sowas, wo man sagt, guckt lieber erstmal in unser Programm rein und schaltet gezielt ein. Aber andererseits ist es auch ganz spannend, auch mal so in unser Programm reinzuschalten, weil man dann von vielen Sachen überrascht wird. Also zum Beispiel heute Nachmittag habe ich reingeschaltet und plötzlich hatte ich so eine Sendung, die sich mit ganz schlechter Musik beschäftigt hat. Und ich dachte, das kann doch eigentlich nur schlecht sein, aber es war richtig gut. Ähm, wie empfängt man Radio Darmstadt? Ja, also hier in Darmstadt selber und Umgebung ist es die 103,4 MHz, also UKW, ganz normal terrestrisch über die Antenne oder im Kabel geht es auch über die 99,85. Und natürlich gibt es auch noch einen Internet-Stream. Ja, wir haben auch einen Internet-Stream, der ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber der funktioniert super eigentlich normalerweise. Kann man auch immer probieren, entweder direkt über unsere Homepage. Da gibt es einen Link dazu. Oder es gibt noch so diverse Radiostationen, die man im Internet eingeben kann. Da kann man es natürlich auch probieren, da findet man es auch. Und auf die Art kann man es sogar weltweit im Auto hören und durch Hessen fahren und sogar so weiterhören. Wenn man ein Internet-Autoradio hat, dann ja. Ja, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Handy ans Radio, da kann man dann unterwegs Radio Darmstadt hören, wenn man außer Darmstadt ist. Wenn man ein bisschen technisch affin ist, kriegt man das hin, ja genau. Also wie gesagt, eigentlich sind wir ja gar kein Lokalradio mehr, sondern durch das Internet halt eigentlich quasi ein Weltradio. Okay, dankeschön. Dankeschön. Sie hören das offene Haus. Bei Radio Darmstadt. Eigentlich darf das nicht Radar heißen, sondern es muss Radam heißen. Das heißt nämlich Darmstadt und nicht Darmstadt. Guten Tag, mein Name ist Aurelian. Wie Sie heißen, das weiß ich natürlich nicht, aber ich kann Ihnen das Thema der heutigen Sendung von 291111 Radio Darmstadt Dein Sendeplatz verraten. Es gibt Ihr Thema, denn 291111 Radio Darmstadt Dein Sendeplatz ist auch Ihr Sendeplatz. Deswegen heißt er auch so. Ja, neben mir ist jetzt Aurelian. Du kümmerst dich ja auch um Leute, die hier neu anfangen wollen und mal selber eine Radiosendung machen sollen. Wie kann man denn jetzt als Mensch, der nichts mit dem Radio zu tun hat, hier einfach eine Radiosendung machen? Das Gestalten einer Radiosendung ist erstaunlich einfach. Es ist viel einfacher, als viele Leute so denken. Der allererste Anfang geht über das offene Haus. Da gibt es ja die Sendung 291111 Radio Darmstadt Dein Sendeplatz, was halt im Programmheft und in diesen Tabellen immer als Sternchen IN-Zeichen Sendeplatz dasteht. Das heißt eben, das ist die Abkürzung für 291111. Das steht für die Telefonnummer, die man anrufen muss in Darmstadt. Radio Darmstadt ist halt der Sender und Dein Sendeplatz ist auch so gemeint, wie es dann rüberkommt. Diejenigen, die Darmstädter Bürger sind, können im Bürgerfunk von Darmstadt auch eigene Sendungen gestalten. Was man braucht, ist ein Thema. Das Thema kann alles Mögliche sein. Es sollte aber kein musikalisches Thema sein, es sei denn, es ist ein Darmstädter Musikthema. Also es sollte irgendwie was mit Darmstadt zu tun haben. Oder aber eine politische Sendung oder aber eine Informationssendung. Wir hatten schon Leute, die haben halt über Forschung des Denkens eine Sendung gemacht. Wir hatten politische Sendungen. Ich mache sehr viel, wenn es halt jetzt nicht gerade von anderen belegt ist, über Atomthemen. Es gibt Leute, die haben mal mit einer Tiersendung angefangen. Die Selin macht inzwischen eigene Tiersendungen hier bei Radio Darmstadt. Und so grenzen wir das Thema erstmal gar nicht ein. Was sie brauchen, diejenigen Hörer, die jetzt zusehen, ist wirklich ein Thema, über das sie auch wirklich eine Sendung gestalten wollen. Und dann rufen sie mich an. Dann können wir darüber reden, wie wir es machen. Die einfachste Form ist die Form, die die meisten Leute auch wählen. Nämlich, dass man so eine Art Interviewform macht und ich eben dann Fragen stelle und dann halt im Gespräch das Thema rüberkommt. Also du machst dann mit den Leuten dann auch erstmal zusammen eine Sendung. Und die kennen sich ja dann mit der Technik noch nicht aus, was man hier alles machen muss. Und du zeigst dann, wie das geht. Ich bediene die Technik für die erste Sendung. Und für eigene Sendungen, die man unter eigener Regie macht, muss man ein sogenanntes Basic-Seminar belegen. Das Basic-Seminar geht über Freitagabend, Samstag ganztägig und Sonntag bis zum frühen Abend. Beginnt freitags mit einer Einführung in Radio und Radio Darmstadt, was die Stellung in der Medienlandschaft ist. Samstags beschäftigt man sich damit, wie eine Sendung sich akustisch anhören muss und welche Grundlagen das hat. Das geht vom fürs Hören-Schreiben über Gestaltung der Sendung, wie viel Musik, wie viel Wortbeiträge bis hin zu den, wie man eine Sendung tatsächlich bedient. Das ist dann am Sonntag Thema, wie das Mischpult bedient wird. Das ist ein bisschen unübersichtlich, aber wenn man da eine gewisse Struktur erkennt, ist es doch viel einfacher, als die meisten so denken. Das sind insgesamt so 20 Schieberegler und vielleicht 80 Drehregler. Macht auf den ersten Blick einen sehr unübersichtlichen Eindruck, aber es hat eine sehr klare Struktur und ist daher viel einfacher zu machen, als es zum Beispiel Fernsehen zu machen ist oder aber ein Video zu drehen, wo man noch ganz andere Sachen mit berücksichtigen muss. Jetzt macht man seine erste Sendung und meldet sich dann bei dir, macht dann den Grundseminar hier, das Basic-Seminar und wie geht es dann weiter? Wir sind in Redaktionen organisiert. Und wenn ich mit jemandem die Sendung das erste Mal gemacht habe, das letzte, was mir gerade einfällt, ist eine junge Frau aus Kenia, die hier in Deutschland studiert, in Darmstadt studiert und die möchte zum Beispiel eine Sendung über kenianische Musik machen oder über afrikanische Musik. Da haben wir erst eine Sendung über Kenia und Nairobi gemacht, damit wir ein Thema haben und wie sie Darmstadt erlebt, also da hatten wir dann das Thema auch und ich habe sie dann vermittelt an die Musikredaktion, weil die Musikredaktion sich mit Musik beschäftigt. Und ich gehe dann halt auch mal mit zur Redaktionssitzung und stelle sie dann vor, sie hat sich dann auch selber vorgestellt und wir wollen einfach mal sehen, ob sie dann halt eine eigene Musiksendung macht, vielleicht entscheidet sie sich dann später für ein anderes Thema. Ja, dann gibt es hier halt die Redaktion, dann kommt man zu der entsprechenden Sitzung, stellt sein Konzept vor und dann kann man einen Sendeplatz bekommen, einen festen. Genau, so geht das. Die Redaktionen sind ja vielfältig. Es gibt Redaktionen, die wirklich redaktionell arbeiten. Das ist als erstes vielleicht die Monrot, die Sendung für Junge, Alte. Die arbeiten wirklich redaktionell. Ähnlich redaktionell arbeitet auch Audio Max, die Studentenredaktion und die Sportredaktion und teilweise auch die Schüler- und Jugendredaktion, wo natürlich klar ist, Schüler und Jugend, man fängt vielleicht mit 16 frühestens an. Wir hatten zwar Leute, die auch schon früher angefangen haben und das ist dann halt so, die Schüler und Jugendlichen, die wachsen aus diesem Alter heraus und dann braucht man halt wieder Jüngere, die wieder einsteigen. Da gibt es immer wieder neue. Im Moment haben wir da gerade eine ganze Menge Platz, weil wir wieder so einen Generationswechsel haben. Oftmals ist es so, dass die dann in andere Redaktionen abwandern oder aber auch zum Studieren in andere Städte gehen und dann haben sie natürlich mit Radio Darmstadt wenig zu tun. Also vielleicht fängt ein Schüler an in der Redaktion Young Power, wird dann irgendwann älter, möchte dann eine Unterhaltungssendung machen, geht zum Beispiel zur Unterhaltungsredaktion. So kann das dann werden. Genau. Also wir sind auch nicht so redaktionell gebunden. Wenn man ein Thema hat, was halt in die Unterhaltungsredaktion passt, macht man es dort. Wenn man dann über Sport berichten will, geht man in die Sportredaktion. Wenn man ein kulturelles Thema hat, es gibt Leute, die interessieren sich vielleicht für Theater oder für Bilder oder für Kunstausstellungen meine ich jetzt mit Bilder oder Literatur oder aber für Darmstädter Musik. Also es kann ja sein, dass man zuerst mal über die Unterhaltungsredaktion reinkommt und überhaupt über Mainstream-Musik berichtet und dann fällt einem auf, okay, wir haben in Darmstadt auch Bands, die es gelohnt, die es sich lohnen, gehört zu werden und stellt dann zum Beispiel Darmstädter Bands vor. Ein bisschen schade finde ich es, dass die Sendung, die wir lange Jahre im Programm hatten, Gehörgang, die genau Darmstädter Bands vorgestellt hat, jetzt im Moment nicht mehr existiert und da ist wieder Platz für Nachwuchs. Also wenn jemand hier Bands in Darmstadt kennt, wäre genau eine Lücke zu füllen. Kann man sich bei dir melden? Zum Beispiel das, aber ich will das Thema gar nicht so vorgeben. Also Radio Darmstadt ist wirklich ein Bürgerradio, was die Themen von den Bürgern aufgreifen möchte und es gibt natürlich ein paar Einschränkungen. Wir müssen uns ans Urheberrecht halten, das heißt also wir dürfen keine Online-Zeitungen vorlesen. Wir müssen die journalistische Sorgfaltspflicht berücksichtigen, das heißt wir dürfen halt nicht irgendwas behaupten, was wir nicht belegen können. Viele Sachen sind so selbstverständlich, dass man sie durchaus auch sagen kann. Ja klar, also eine Bandvorstellung, da wird keiner irgendwie große Recherchen machen müssen, wann derjenige, der sich da gerade vorstellt, wirklich geboren ist. Das ist nicht so wichtig, dass man das nachrecherchieren muss. Aber wenn man jetzt beispielsweise über irgendwelche Umweltprobleme berichtet, dann muss man schon ein bisschen gucken, ob das auch stimmt, was man dann sagt. Also das ist das, was wir berücksichtigen müssen und ja, also so beleidigende Formen und rechtsradikale Sprüche und esoterischen Schmonsens wollen wir schon auch nicht auf dem Sender haben. Aber das lernt man alles auch nochmal im Basic-Seminar. Da kriegt man halt die Grundlagen beigebracht, die man fürs Radiomachen braucht. Genau, also das Basic-Seminar ist wie gesagt ein Drei-Tages-Seminar und die Praxis kommt dann nachher, während man eigene Sendungen gestaltet und viele Leute machen das so, dass sie dann erstmal Sendungen im Team gestalten. Und das finde ich auch eine gute Idee, dass einfach im Team eine Sendung gemacht wird. Man kann sich dann erstmal auf eine Sache konzentrieren, entweder das Bedienen des Mischpultes oder aber das Zuliefern von Inhalten oder aber die Moderation, was ja drei verschiedene Sachen sind. Interviewtechniken kann man dann entwickeln und viele Leute, die bei uns angefangen haben, sind auch bei professionellen Radiostationen auch gelandet. Die wenigsten haben Ambitionen dazu, aber mir würden schon 10, 15 Leute einfallen, die inzwischen professionelle Journalisten geworden sind. Also bei so Sendungen wie zum Beispiel dem Hessischen Rundfunk, also wirklich großen Anstalten. Genau, also auch bekannte Leute, die richtig groß prominent bekannt sind und ganz viele sind aber auch eher im Hintergrund. Wir haben halt Leute, die dann entweder Recherchen machen oder aber kurze Beiträge für irgendwelche Nachrichtensendungen. Das ist dann, wenn man Interesse hat, ein sehr spannender Job. Man kriegt auch sehr viel mit und man kriegt auch bei Radio Darmstadt sehr viel mit, wenn man sich interessiert. Es ist ja zum Beispiel so, dass wenn man ein Thema hat, wo man sich dafür interessiert, bei mir ist es jetzt zum Beispiel die Atomkraft, dann kann man eben auch die Leute, die sich damit beruflich beschäftigen, die sich sehr genau damit auskennen, zu einem Interview bitten. Zum Beispiel das Öko-Institut Darmstadt, die kommen gerne nach Radio Darmstadt, um hier ein Interview zu geben. Und ich habe zum Beispiel im Öko-Institut Darmstadt eine Sendung gemacht mit CNIC. Also das ist die japanische Fachleute-Kommission, die für die Zustände in Fukushima die Gutachten machen. Also die beraten die Regierung von Japan, was da jetzt zu tun ist. Und das ist Citizen Nuclear Information Center, die Entsprechung des Öko-Instituts hier in Darmstadt. Und die arbeiten sehr viel zusammen. Das Öko-Institut Darmstadt kriegt von denen sozusagen die Daten. Die werten sie gemeinsam aus, um dann in Zukunft auch gewappnet zu sein, was man eben tun kann in so einer Situation. Und wir sehen ja, dass sich da nicht sehr viel machen lässt. An solche Leute kommt man wirklich dran. Also gut, an Angela Merkel kommt man nicht dran. Und an die wirklich prominenten Stars wie Madonna oder sowas kommt man auch nicht dran. Aber als Radio Darmstadt, wenn man sich gut vorbereitet, wenn man Kontakt zu den Leuten hält, dann kann man auch durchaus auch was von Leuten erfahren, die für Otto-Normalverbraucher nicht zugänglich sind. Und wenn es halt mal einen Verein vorstellen ist, also so auf Anfragen reagieren, viele sehr freundlich und ja, viele kommen dann auch her, wenn man sie einlädt. Meist braucht man dazu eine gewisse Vorlaufzeit. Die Leute können nicht zu einem jedem beliebigen Termin, sondern man braucht wirklich eine gewisse Vorlaufzeit. Wenn man was vereinbart, sind eigentlich alle freundlich und bereit, da auch mal was zu machen, hierher zu kommen, über den Verein zu berichten, was du gerade angesprochen hast, über ihre Tätigkeit zu berichten. TU zum Beispiel, die Profs, die kommen eigentlich schon ganz gerne hierher und berichten darüber, was sie gerade erforschen. Zum Beispiel die Erdwärmenutzung hatten wir vor zwei Jahren eine Sendung, die sehr interessant war. Aber auch andere Themen. Was ja auch geht, man kann hierher kommen, sich an Aufnahmegeräten ein Mikrofon ausleihen und kann dann selber irgendwo hinfahren und dann vor Ort irgendwo ein Interview führen. Das ist auch recht einfach. Und das dann halt hinterher bearbeiten, schneiden und dann eine Sendung draus machen. Das auf jeden Fall. Also die Aufnahmegeräte heute sind wesentlich einfacher zu bedienen als noch vor 10 oder 20 Jahren, wo man sehr viel beachten musste. Die Aufnahmegeräte heute haben eine gute Qualität. Also da hat sich wirklich was getan, auch mit der Technik. Im Prinzip reicht es aus, nicht allzu viel Griffgeräusche reinzubringen, also dass man am Mikrofon rumdalkt sozusagen. So hier. Genau, also und stillzuhalten und die Aussteuerung im Vorhinein so zu machen, dass sie nicht übersteuert, dann kann man sehr gute Sendungen machen mit relativ einfachen Geräten der 100-Euro-Klasse. Kriegt man dann aber auch nochmal erklärt, wenn man sich so ein Gerät ausleiht. Ja, Aurel, wie bist du eigentlich zur Radio Darmstadt gekommen? Das war eigentlich schon immer so mein Interesse. Politische Teilhabe ist für mich das Interesse überhaupt gewesen, zu Radio Darmstadt zu kommen. Politische Teilhabe heißt eben auch Einfluss nehmen auf Entscheidungsträger, indem man seine Meinung kundtut. Und das funktioniert punktuell schon. Man braucht jetzt nicht sich einbilden, mit der Vorstellung dranzugehen, wenn ich jetzt hier bei Radio Darmstadt berichte, dann wird das von der Bundesregierung aufgegriffen. Das nimmt verschiedene andere Stufen. Da muss man sich mit kleineren Sachen zufriedengeben. Aber man kann Leute überzeugen. Das kann man durchaus tun. Und man kann auch andere Leute gewinnen. Man kann eben auch Leute mit Argumenten versorgen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Argument gebraucht wird, der Bauernverband, da kann man sich vielleicht daran erinnern, hat irgendwann mal eine Kampagne gemacht, es geht nicht an, dass im Supermarkt die Milch billiger ist als Mineralwasser. Und das war ein Argument, das ich im Jahr zuvor bei Radio Darmstadt ins Spiel gebracht habe. Und damit der Bauernverband das mitkriegt, habe ich das halt so gemacht, dass sich den Bauernverband eben eine Suggestivfrage gestellt hat, was man eigentlich nicht macht. Aber als Radio Darmstadt ist das schon okay. Okay, Dankeschön. Hallo, ich bin Gregor von Radio Darmstadt und ich zeige euch jetzt mal hier unser Sendestudio. Das hier ist eins von drei Sendestudios, die wir haben. Hier ist eine Scheibe, dahinter ist gleich unser Studio 2. Und ganz da hinten, wo jetzt das Licht an ist, ist Studio 3. Gut drüber gucken geht leider nicht so. Wenn es so dunkel ist wie jetzt, aber sonst kann man sich hier sehen und kann dann zum Beispiel von einer Sendung zur anderen Sendung übergeben. Ja, man übernimmt so ein Studio, vielleicht noch gar nicht sendend. Wenn es Studio sendet, heißt das, dass diese grüne Lampe hier an ist. Wenn das Studio nicht sendet, drückt man hier auf Entsichert, drückt den roten Knopf und sichert wieder. Das ist einfach eine Tastensperre, dass man nicht aus Versehen auf den Knopf kommt. Ja, das Herzstück eines Studios ist dieses Mischpult. Das Mischpult ist so, ja, das Wichtigste, was du beim Radio brauchst, denn da läuft ja alles, was irgendwie in deiner Sendung drin sein soll, drauf zusammen. Fangen wir an. Hier links ist die Wiederholung, also unsere Jukebox nennen wir die. Da sind Sendungen drin, die vorproduziert wurden, die wiederholt werden und die Jukebox zeichnet deine Sendung auch auf. Und hinterher kann man sich von der Jukebox zum Beispiel auch einen Mitschnitt der Sendung holen. Gerade läuft eine Sendung aus der Jukebox. Ich habe das Pult jetzt so gestellt, dass ich euch was erklären kann und was aufzeichnen kann. Und das sendet weiter. Studio sendet ja, grüne Lampe leuchtet. Dann gibt es hier noch die gelbe Lampe. Dann ist jemand an der Tür, das ist die Türklingel. Das kann man ja im Studio jetzt nicht hörbar, eine Klingel haben. Wir klinken das im Radio, wenn auf einmal die Tür klingelt. Oder das Telefon, das blinkt dann hier weiß, wenn jemand anruft. Das hier ist, wenn im Studio 2, da ist ein Sprechtisch, da sind sechs Mikrofone dran, da ein Mikrofon an ist. Und das bedeutet, das obere, dass hier im Raum ein Mikrofon an ist. Zum Beispiel gerade das Headset, über das ich mit euch spreche. Ja, erkläre ich euch mal das Mischpult. Also hier ist Jukebox. Dann haben wir hier zwei Telefonleitungen. Die zeige ich euch gleich, wie die funktionieren. Dann hier sind vier Mikrofone. Vier feste Mikrofone oder auch ein Headset, was man dann optional an einen Regler anschließen kann. Gast links, Gast rechts und das sind die beiden hier vorm Mischpult. Geht ganz einfach, ein Mikrofon anmachen. Man holt sich es her und zieht den Regler einfach hoch auf Mitte. Dann kann ich jetzt hier auch über das Mikrofon sprechen. Hier kann man noch so ein bisschen was an Lautstärke und hier mehr Tiefen, mehr Höhen. Und hier, Höhen klingen dann so mehr. Da kann man das dann einstellen, dass das vernünftig klingt. Ja, auf der rechten Hälfte vom Mischpult ist alles, was irgendwie mit so Musik zu tun hat. CD-Player haben wir drei Stück. Hier sind zwei Stück. Hier ist noch einer. Da kann man dann auch mitgebrachte CDs einlegen, abspielen. Einfach nur hier die Schublade dann aufmachen. Reinlegen, Nummer auswählen. Und starten geht am Mischpult. Regler hochziehen und Taste drücken. Dann startet On und Off. Gelb ist On, Rot ist Off. Dann startet die CD. Ja, dann sind wir dreimal der Computer. Der ist hier. Einschalten geht hier hinten. Der hängt hier hinten drinne, der Computer. Das ist das oberste Gerät. Hier unten den Rest, den lässt man in Ruhe. Das ist zum Beispiel die Soundkarte. Das Netzteil vom Mischpult. Und da unten sind die Telefonanlagen für dieses Studio drin. Alles weitere. Also es gibt noch mehr Technik hinter dem Studio. Das zeige ich euch nachher. Das ist nämlich in unserem Serverraum so, dass da keiner dran kann und irgendwie was verstellen kann. Computer hat ein Windows-Betriebssystem und dann kann man einfach Dateien von zum Beispiel unserem mitgebrachten USB-Stick hier reinziehen. Die landen dann hier in der Playlist. Es gibt auch noch hier so kleine Player. Da zeige ich euch. Also man kann hier neben die Dinger dann reinladen. Und jetzt suche ich mir mal einen Jingle aus. Den lege ich jetzt da hin. Also Jingle ist so das, was beim Radio so zwischen der Musik mal läuft. Hier so, nehmen wir den hier. Und dann gibt es drei Regler. PC1, PC2, PC3. Fangen wir mit dem dritten mal an. Da braucht man nur hochziehen. Der startet von selber. Das sind diese Player. Acht kleine Player, die man mit zum Beispiel Interviews schon belegen kann, was man vorproduziert hat. Oder mit Jingles. Und die startet sich dann entweder mit der Maus auf Play oder mit dieser Tastatur hier. Hier sind grüne Knöpfe. Das ist die sogenannte Karte. Also hier acht Stück. Und jetzt drücke ich mal auf der 1. Habe ich jetzt was draufgelegt. Ra-da-da-da-da-da. Läuft Ra-da-da-da-da-da. Das zum Beispiel da drauf. Dann haben wir hier zwei Player. Die haben zwei eigene Regler. Also man füllt hier die Playlist. Und man startet dann mit diesen Playern Musik aus der Playlist. Und es rückt dann automatisch auf den nächsten freien Player nach. Man guckt dann, wo gerade Next steht. Und dann kann man jetzt hier. Unser Jingle, mit dem wir die Sendung anfangen wollen, liegt auf 1. Und das erste Lied liegt auf 2. Dann kann es zum Beispiel so gehen. Ich führe euch jetzt mal vor, wie die Sendung ist. Radio Darmstadt. Dann sagt ihr euren Namen. Ich bin Gregor Atzbach und zeige euch heute das Studio. Ra-da-da-da-da-da. Und dann gibt es hier erste Musik. Das ist dann auf dem anderen Regler. Hier macht man ihn wieder aus. Und stoppen geht auch mit dem roten wieder. Wenn die Knöpfe nicht gehen sollten, hat man die ganze Steuerung für das Programm auch hier drauf. So, jetzt stellen wir uns mal vor, es ist gerade Sendung. Würde ein Lied laufen. Mach ich jetzt nicht, das hört ihr. Und ich rufe schon mal jemand an über die Telefonleitung. Also wir können zwei Leute aufs Mischpult schalten, die dann am Telefon was sagen können. Hier in der Ecke steht das Telefon. Man wählt eine 0, um rauszukommen. Und dann hat man jetzt hier zum Beispiel diese Nummer, die ich jetzt wähle. Dann warten, bis jemand dran ist. Schon mal Hallo sagen. Ich stelle dich jetzt durch. Und dann gibt es hier zwei gelb markierte Knöpfe. Hybrid 1 und Hybrid 2. Das sind die Telefonleitungen am Studio. Ich nehme jetzt mal den ersten. Jetzt stellt es durch. Jetzt blinkt hier am Mischpult eine Taste. Die drücke ich. Jetzt kann ich den Hörer auflegen. Und habe jetzt hier auf dem Mischpult, kann ich sagen. Und wer ist jetzt am Telefon? Die Telefon ist es 19 Uhr 30 und 30 Sekunden. So, jetzt habe ich die Zeitansage angerufen. Das macht man in der Sendung wohl eher weniger. Aber jetzt nochmal, um das hier zu demonstrieren. Man kann dann auch zwei Leute anrufen. Die können dann auch miteinander reden. Auflegen geht dann auch wieder. Erst den Regler runterziehen. Und dann hier Tell Off. Lange drücken. Dann legt das wieder auf. Während derjenige oder diejenige am Telefon dran ist, leuchtet es ja hier schon, kann man hier drücken, diese Vorhörtasten mit deinem Mikro und dem Telefon. Da kann man schon vorher über das Mischpult ein Gespräch führen. Ja, Vorhören. Das sind diese Tasten. Es läuft irgendein Lied und du hast zum Beispiel jetzt so eine CD reingeschoben, willst schon mal hören, was ist denn das für ein Lied. Dann kann man mit diesen Cue-Tasten vorhören, was eigentlich, ob das das richtige Lied ist, ob man hier im Rechner was richtiges hat. Man kann auch zum Beispiel alle Mikrofone Cue drücken und dann untereinander reden über die Mikrofone drüber. Ja, was gibt es sonst zum Mischpult oder zum Studium noch? Hier gibt es noch einen Minidisc-Player. Das ist also Minidisc sieht, zeige ich euch mal, ist gerade keine drin. Nehme ich mal eine. Sieht zum Beispiel so aus. Das ist jetzt die Jingle Minidisc von Young Power. Schiebt man mit dem Pfeil so hier rein. Und dann gibt es hier den Regler MD auf dem Mischpult. MD steht für Minidisc. Da muss man mal warten, bis er soweit ist. Das kann dann hier sein entsprechendes Ding auswählen. Jetzt machen wir jetzt mal. Regler hoch und Start. Möchte nicht. Zum Beispiel so geht das. Was man auch beachten muss, ist während der Sendung der Pegel hier. Wenn man selber spricht, kann man so bis zur Null pegeln. Musik vielleicht so bis Minus 5. Da macht man so einen Unterschied dazwischen, damit das etwa gleich laut klingt und ähnlich ist. Also immer wenn der Moderator redet, muss man lauter stellen. Und so kann man das gut durchhören, wenn man Musik so bis Minus 5 regelt und Sprache bis über Null. Was nicht sein darf, wenn ich laut bin, dass es im roten Bereich ist. Man hört schon, das verzerrt ein bisschen. Wenn ich im roten Bereich bin, dann bin ich zu laut. Das darf zum Beispiel nicht passieren. Ja, während der Sendung kann man dann noch die Telefonnummer durchsagen. Die steht hier. Es gibt dann noch immer zwei Uhren, wo man dann mal auf den Gast drehen. Einmal für sich selber. Da hat man dann so die Kontrolle, wie spät es eigentlich schon ist. Ja, damit hätte ich euch das Studio 1 von Radio Darmstadt erklärt. Und hier kann man ganz einfach auch selber Sendungen machen. Ja, und wir schauen uns jetzt weiter Radio Darmstadt an. Eine Stadt, eine Frequenz. Radadadada machen sie uns an. Das hier ist das Studio 2 von Radio Darmstadt. Dies wird derzeit umgebaut. An den Sprechtisch kann man bis zu sechs Gäste setzen. Das hier ist das dritte Sendestudio von Radio Darmstadt. Es ist sehr ähnlich aufgebaut wie das erste Studio. Im Studio 3 gibt es auch eine DJ-Ecke, die sehr gerne genutzt wird. Radio Darmstadt Radar Jetzt gehen wir in den Serverraum von Radio Darmstadt. Hier drin stehen jede Menge Server, die für unseren Sendebetrieb notwendig sind. Und darin ist noch einiges an Audio-Technik, die man nicht in den Studios untergebracht hat. Außerdem geht von hier aus das Signal zum Funkturm. Hier ist zum Beispiel unser Sendeautomationssystem Jukebox. Und diese grauen, geheimnisvollen Kästen stellen die Verbindung zum Funkturm her. Radio Darmstadt. Natürlich hier auf 103,4. Gehen wir raus aus dem Technikraum, denn da drin ist es sehr, sehr eng. Schauen wir uns jetzt noch die Werkstatt an. In der Werkstatt werden Sachen gelötet oder zum Beispiel auch Kopfhörer repariert. Außerdem stehen hier Geräte, die zurzeit nicht benötigt werden. Mein Name ist Aurelian. Wie Sie heißen, das weiß ich immer noch nicht. Aber ich kann Ihnen verraten, dass Sie Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz über Antenne oder aber auf der 99,8 5 MHz über das Kabelnetz Darmstadt hören. Unsere Internetseite ist www.radiodarmstadt.de und da gibt es auch einen Livestream. Wenn Sie uns im Studio anrufen wollen, dann wählen Sie die 8 7000 in Darmstadt. Wenn Sie mich anrufen wollen, zum Beispiel weil Sie ein lokales Thema haben oder aber weil Sie eine eigene Sendung bei Radio Darmstadt gestalten wollen, dann wählen Sie die 29 11 11 in Darmstadt und erreichen mich persönlich. Unser Studio ist am Stäubenplatz 12. Sie gehen links am Gebäude vorbei. Dort ist die Friedrichstraße und die Hoftoreinfahrt. Da gehen Sie durch und dann ist auf der linken Seite Radar. Die Sendungen des offenen Hauses sind immer am Dienstag von 17 bis 18 Uhr, am darauf folgenden Mittwoch von 10 bis um 11 und von 16 bis 17 Uhr. Die Sendungen lokale Themen bei Radio Darmstadt sind immer am Freitag von 17 bis 18 Uhr und am darauf folgenden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr, am darauf folgenden Donnerstag von 10 bis um 11 und von 16 bis 17 Uhr. Was mir noch bleibt, ist auf Wiederhören zu sagen und das ist wörtlich gemeint. Wir sind ja ein Radioprogramm. Auf Wiederhören! Hallo, ich bin die Ella. Ich bin sechs Jahre alt und jetzt das jüngste Mitglied bei Radar e.V. und kann jetzt selbst Radio machen. Das kannst du auch. Beitrags, Aufnahmeantrags, Formulierungsvordrücke gibt es im Programmheft. Die liegen überall aus. Und die gibt es auch bei Radar am Stolpenplatz. Das kannst du auch bei Radar am Stolpenplatz machen. Machen Sie uns an!